Es ist toll, mit einem Orchester zu arbeiten, was so super spielen kann, selbst wenn es schlecht spielen soll. Ich finde, das geht noch schlechter. Das war viel zu schön. Richtig abrotzen. Also richtig, richtig mies. Okay, bringen wir es hinter uns. Nochmal. Hallo, ich bin Florian. Mit ein paar Freundinnen an Film-Universität wollte ich ein Spott über See-Pollution machen. Es hat alles gut angefangen. Wir hatten die Idee, zu erzählen eine charmige Geschichte, zu vermeiden... diese schockende Bilder. Insofern wollten wir einen ironischen Weg finden, um das Trash-Problem zu zeigen. Wir haben also angefangen, zu verbreiten und zu sammeln Ideen. Wir haben ein Team... Wir haben eine Geschichte... und wir haben angefangen, zu testen. Der Plan war, um unsere eigene Plastik-Trash zu verbreiten und zu filmen in einer riesigen Fisch-Tank, um das flottige Unter-Water-Motion zu bekommen. Jeder war gefühlt. Hallo, Florian. Ich wollte dir nur sagen, das ist ein Produkt beim Flohmarkt, und da habe ich das hier gefunden. Vielleicht könnte man, das ist ja auch Plastik, das irgendwie als Fisch oder so nehmen. Das ist hier so ein Müllgriff. Wir haben sogar von einem großen deutschen Journalisten gefunden. Inches entfernt von dem Ozean zu retten, hat die Universität mit den Kontrakten zu verbreiten. Kein Zugang zu dem Budget, konnten wir das Studio nicht feststellen und beginnen zu filmen. Wir hatten Angst, dass wir das Projekt verbreiten mussten. Luckily in UFO, äh, UFU rescued our ambitious project und pulled us out of the financial crisis. But we had to get rid of the expensive Fisch-Tank und den Unter-Water-Effekt in post. The first Wii of X-Tests looked so promising, that I totally forgot about the huge amount of additional work. And I made the story twice as long. Idiot. Anyways, at least we were still fighting for the speed. So we continue with our puppets. Our ideas were slowly coming to life, but we still needed to hurry. And the water kept rising. So, I'm a tanker body. 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 That escalated quickly. Now we were officially going to drown. Sorry, blast the polluted ocean. No! What are you waiting for? Do it! So we just started on our own. Maybe we could make it anyway. Maybe we overestimated the workload. Maybe it was all much easier than I thought. Let's create our own miracle! But there was no miracle. The workload was too big for the tight deadline. We finally had to give up. One year of work went back to the trash can where I came from. So here I was. Informing the Herstellungsleitung about my failure. Gloria! We need to talk about your idea! I'm the director and your responsibility to the living room! I thought you had a heart for all the dying things! You can't just talk like this! I touch a nice puppet! Why don't you put them in a chair or something? What about them making coffee? Off! 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 Yeah, exactly! And who wants to see that unfinished rubbish of a… Wait a minute! We upcycle our own film trash? We just produced one shot! We recycle our own film idea about recycling! What a genius idea! Thank you! And now, funnily enough, we have the chance to deliver our message in an even more unconventional way. And somehow it works! Even though you are just looking at the trash of our failed production. Papa, Papa! Guck mal, was ist das denn für ein lustiges Tier? Zeug mal her! Ach! Das ist nur Müll! Tu das weg! Super! Perfekt! Nehmen wir! Vielen Dank! Schöne Mittagspause!